Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Verplankurser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe dir tausendmal gesagt, mit bedrohlicher Stimme, ich habe mit Nachdruck verleihend gesagt, dass ich jetzt das mache, worauf ich Bock habe. Und ich habe einfach jetzt Bock auf den Märchenthemenbereich. Der Piratenthemenbereich kommt noch, der WUD-Ride kommt noch und ich hatte einfach jetzt Bock auf den Märchenthemenbereich. Nämlich das zu machen, worauf ich schon lange hingefiebert habe. Ich habe nämlich damals, wo ich den WUD-Ride nur in meinem Kopf hatte, der war nur visuell da, hatte ich schon etwas geplant, was ich jetzt langsam anfange umzusetzen. Es dauert aber. Es wird nicht mal eben sein. Ich wollte erst sagen, es wird mal eben, aber nein. Es wird länger dauern. Das kann ich dir schon versprechen. Es ist aber sehr filigrane Arbeit und was kann ich dir noch verraten? Es hat was mit dem Gebäude da zu tun. Das kann ich dir schon mal verraten. Und die Sitze, die da sind. Die Sitze. Ansonsten darf ich dir leider aus lizenztechnischen Gründen noch nichts verraten. In den nächsten Folgen vielleicht. Mal gucken. Je nachdem, wie ich Bock habe. So, auf jeden Fall. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. 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 Tis. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.